Hallo und herzlich willkommen bei Pokeinvestments, eurem YouTube-Kanal für Pokemon Investment-Tipps. Und Hilfe, ich kann nicht verkaufen. Zumindest bin ich nicht ich, der das sagt, sondern wenn man sich diesen Kommentar hier anguckt, spricht dieser meiner Meinung nach diese Message. Wir lesen uns das mal ganz kurz durch. Patrick schreibt, wir orientieren uns ja immer am aktuellen Marktpreis des jeweiligen Produktes. Dann schaut man, was irgendein Display wert ist und freut sich über den Gewinn, wenn es gestiegen ist. Also auf Car Market, so interpretiere ich das jetzt gerade. Oder auch auf Ebay, aber auch nur das Sofortkaufen-Angebot. Aber manchmal frage ich mich, ob das überhaupt so viel Aussagekraft hat. Weil der Wert kann ja noch so hoch sein, trotzdem muss es auch erst einmal jemanden geben, der bereit ist, diesen zu zahlen. Ganz richtig. So, erstmal um hier drauf einzugehen. Wir sehen auf Car Market ein Angebot. Freunde, merkt euch das, die das immer noch nicht drin haben. Ein Angebot ist letztendlich nicht der Preis, der garantiert ist, dass ein Produkt wert ist. Nur weil hier steht, dass WhatAverick aus Deutschland ein deutsches Display etwas eingedrückt für 850 Euro anbietet, heißt das nicht, dass es sich auch letztendlich um den wirklichen Preis handelt, den Leute bereit sind, für dieses Produkt zu bezahlen. Denn wie teuer ich hier auf Car Market ein Produkt liste, das ist mir selber überlassen. Ich kann bestimmen, für wie viel ich ein Produkt hier liste. Ja, ganz, ganz wichtig. So, gehen wir weiter. Ich sage das, weil ich auf Ebay jetzt schon öfters Displays gesehen habe zum Marktpreis, diese aber selbst nach einem Monat nicht gekauft wurden. Marktpreis. Was ist der Marktpreis? Ist der Marktpreis tatsächlich das, was hier steht? Man würde vielleicht in erster Linie denken, ja. Ja, das ist der Marktpreis. Es gibt kein günstigeres Angebot. Aber dem ist nicht so. Ja, es ist wahrscheinlicher, dass zu einem gelisteten Preis, gerade wenn die Liquidität höher ist, wie zum Beispiel bei Produkten wie der 151 Top Trainer Box, es wahrscheinlich ist, dass sich hier zum Beispiel eine englische Boosterbox für 80 Euro tatsächlich verkauft, als wenn wir hier 22 verfügbare Artikel haben und jemand sagt, ich will 850 Euro für Unified Minds, beziehungsweise Bund der Gleichgesinnten. Ist das Bund der Gleichgesinnten? Ja, Bund der Gleichgesinnten. Kurzer Spoiler hier gerade, da gehe ich gleich drauf ein. Sich das wirklich auch für den Preis verkauft. Auch wenn es ja augenscheinlich das günste Angebot ist. So, weiter im Text. Aber selbst nach einem Monat nicht gekauft werden. Wenn ich jetzt mehrere Displays habe, die 800 Euro kosten, was du ja nicht weißt, ob die wirklich 800 Euro kosten. Du weißt nur, wie das Angebot, das günstigste Angebot ist, hier auf Ebay oder auf Cardmarket. Aber auch für 30 Euro unter Marktpreis nicht verkauft werden. So 30 Euro bei 800 Euro. 30 Euro Rabatt ist nichts. Das ist gar nichts. Ja, also man könnte sagen, 10 Prozent unter Marktpreis. Ja, da könntest du verkaufen. Ja, wenn das der Marktpreis denn letztendlich auch ist. Ziemlich sicher. So, oder du sagst, die 800 Euro sind gar nicht der realistische Marktpreis, den es gerade gibt. So. Denn, ja, anders als man sich vielleicht hier auf Cardmarket denken würde, ist das auch gar nicht der Marktpreis. Das hier ist der Marktpreis für ein deutsches Display Bund der Gleichgesinnten. Und wir sehen hier die Preise, die letztendlich aufgerufen wurden für dieses Display. Ja, diesen Preis haben tatsächlich Leute geboten, ja, beziehungsweise zu diesem Endpreis ist es gekommen. Und das sind keine 850 Euro, sondern 727 und 725. So, was das hier ist mit 500, das weiß ich nicht. Aber schaut mal hier, 600 Euro auch. Ah, da muss ich mal ganz kurz reingehen. Ähm, so, oder hier, 660,80 Euro. So, das ist der Marktpreis. So, dann geh lieber hin, nimm dir die 660,80 Euro, die 600,05 Euro, die 500 Euro, auch wenn ich das hier mir jetzt gleich nochmal genauer anschauen werde, und die 725. Rechne das alles zusammen, teile dann durch die Anzahl der Produkte, die du hier jetzt gerade zusammengerechnet hast. Dann hast du einen Durchschnittspreis, der realistisch ist, den du verlangen kannst für dieses Display. Und ich wette mit dir, das sind keine 850 Euro. So, so, ähm, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz kurz, ne, aber, äh, um das mal hier ganz kurz, ähm, ja, so ein bisschen zu, äh, ja, durchleuchten und zu erzählen, so würde ich rangehen, wenn ich etwas verkaufe, ja, um realistisch schnell verkaufen zu können, wenn ich sage, ich möchte sofort verkaufen mit einem Sofortkaufpreis, beispielsweise bei Ebay oder bei Kleinanzeigen, ja, und keine Auktion machen. Ähm, so, dann schreibt er hier noch, ich habe auch eine riesen Sammlung, zielt, äh, bin nur manchmal nicht so sicher, ob diese angeblichen Marktpreise wirklich so viel bedeuten. So, wie du ja gerade gesehen hast, nee, tun sie nicht. Ähm, ja, gerade bei Produkten, die nicht so liquide sind wie Unified Mines, was ja jetzt auch schon deutlich älter ist als eine 151 Boosterbox. So, und darauf wollte ich auch nochmal kurz eingehen, bevor wir hier, uns mal hier die Ebay-Angebote nochmal angucken. Ähm, hier haben wir ja viel mehr Liquidität. Was heißt das? Wir haben viel mehr verfügbare Artikel, die letztendlich diese Liquidität bewerkstelligen. So, und wenn wir hier Preise haben, ja, von viel mehreren, von vielen, sagen wir, äh, Händlern hier, die diesen Preis anbieten. So, und wir, wenn wir auf Ebay gehen, auch mehr Verkäufe haben, letztendlich für einen solchen Preis, ja, oder sogar noch deutlich drüber, kann man sagen, okay, das ist gerade der Marktpreis. Einfach, weil es diese Verkäufe letztendlich auch, äh, zum jeweiligen Zeitpunkt, ja, jetzt hier auch keine 30 Jahre, ähm, weiß ich nicht, äh, 2, 3 Jahre, um realistisch zu bleiben, ähm, in der Vergangenheit, sondern das sind die Preise, die jetzt gerade bezahlt werden. So, und das ist Fakt. Ja, es gibt hier wohl Leute, die 110 Euro für eine englische 151-Top-Trainer-Box bezahlen. Gibt es. So, was soll ich euch dazu sagen? Ähm, oder auch 85. So, deswegen, das ist realistisch. Meiner Meinung nach. Was denkt ihr? Oder ist es das nicht? Ja, man kann hier auch sagen, hier, der Durchschnittspreis, ja, okay, hm, der liegt so und so, aber gut, äh, Durchschnittspreis bei Cardmarket, äh, bitte, 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 bevor ihr den hier für wahre Münze nehmt, wahre Münze? Äh, dann bitte, bitte, bitte macht es so, wie ich es euch eben gerade gezeigt habe, ähm, und schaut bei Ebay tatsächlich, was sind verkaufte Produkte zu einem gewissen Preis, äh, äh, zu welchen wurden die letztendlich verkauft. So, was ich auch gerne mache, ist dann hier zu gucken in der Auktion, für wie viel ist eine Boosterbox weggegangen. So, hier sehen wir leider gar nicht so viele Verkäufe für diese Box, ja, doch hier eine, ne, auf Deutsch allerdings, 95 Euro. Ja, auch nochmal auf Deutsch, 100. Brutal. So, daran kann man sich viel besser orientieren. Gut, jetzt nochmal zu den, ne, Angeboten, beziehungsweise zu den Verkäufen, ähm, ja, also 600 Euro. So, wie es aussieht, sieht mir jetzt auch nicht gefälscht aus, oder so. Stark. Ja, das, äh, ne, 250 Euro Differenz, meine Freunde. Deswegen, da müsst ihr vorsichtig sein. Ja, nur weil jemand sagt, hier Angebot auf Cardmarket ist so und so, das ist, also, ja, okay. Hm. Äh, ja, heißt es letztendlich nicht, dass dieser Preis auch bezahlt wird. Gut, hier bei 500 Euro, hier haben wir diesen dummen Sticker da drauf, ne. Ja, Freunde, das macht was aus. Das macht was aus. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, dafür 100 Euro weniger zu bezahlen, das ist eine andere Frage, aber scheinbar, so bewertet das der Markt. Auch, ne, vorsichtig, fast zwei Monate her, vielleicht ist das Display jetzt auch geht teurer weg, weil scheinbar hier, 7. September, sind wir hier bei 727. Ja, klar, wenn wir weniger Angebot haben, dann kann es auch stärker volatil werden, gerade, äh, ja, wenn, ähm, die Leute plötzlich dann, oder die Nachfrage danach einfach wächst, kann ja sein, über die Zeit. Tja, deswegen, das ist schwieriger zu beurteilen, ja, gerade wenn ein Produkt älter ist. Da müsst ihr dann gegebenenfalls nochmal ein bisschen mehr Research betreiben, ähm, und vielleicht auch auf dem amerikanischen Markt gucken, ja, ähm, um sich hier ein Bild zu machen. So, das kurz dazu. Patrick, Patrick, wie dem auch sei, ich hoffe, ich konnte dein, ja, Kommentar einigermaßen gut beantworten. Und, äh, jetzt seid ihr gefragt, ja, wie seht ihr das ganze Thema? Ähm, ja, würde mich interessieren, gebt ihr mir recht, gebt ihr mir nicht recht, wieso, weshalb, warum? Lasst ein Like da, ein Abo sowieso, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.